Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen! Diese Woche irgendwie sehr viel Content, aber der EM-Urlaub hat auch verdammt gut getan. Bevor ihr jetzt abschaltet, ich hab's euch schon mal gesagt, es wird kommen und es ist jetzt soweit. Ich bin ein Hardcore-COD-Fanboy sonst was gewesen. Ich habe in Black Ops 3 für die XMC damals, oder AXMC, XMC, XMC, fast 3000 Euro in Bundles ausgegeben, um diese Waffe damals zu kaufen. Und das war ein Zeitpunkt, wo ich mir keine 3000 Euro für ein paar Pixel leisten konnte. Und es gab richtig Ärger mit meiner Frau, es war alles über Telefonrechnung und es war echt krank. Es war fast Spielsucht, hab ich nie wieder sowas getan. Aber so Hardcore-COD-Fan war ich und es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Und seit einem Jahr bin ich ein Hardcore-Tarco-Fan. Ja, ja. Ich bin bei fast 3000 Spielstunden. Ich habe bis vor einem Jahr noch nie mit Maus und Tastatur irgendwas gespielt. Meine Maus war so eine 1-Euro-Maus ohne Hersteller drauf. Und meine Tastatur war eine 3-Euro-Tastatur, die ich nur braucht habe, um Tasten in Sony Vegas, wenn ich Videos schneide, zu drücken, die mir Zeit sparen. Das war alles. Und Tarkov ist so ein Main-Game für mich geworden, was ich, was Tarkovs und Twitch angeht und Twitch-Streams sehr, sehr viel zeige. 3, 4, 5 Tage die Woche, gerade wenn ein neuer Vibe kommt. Ich bin diesem Vibe Level 69,99. Also ich bin knapp vor Level 70. Es ist geisteskrank, Leute. Und mittlerweile bin ich mit Maus und Tastatur, fühle ich mich genauso safe wie mit Kontrolle. Und war direkt da, wo du hingeguckt hast, aber ich weiß nicht, wo er hingeguckt hat. Das war richtig, woanders. GG. Riot 23. Und Tarkov ist ein cooles Game, nicht zu vergleichen mit Call of Duty, grundsätzlich verschiedene Dinge. Trotzdem, solche Sachen wie Updates und Infos und der Skandal, der da war und Battlestead Games, den Publisher, werde ich ab sofort auch auf diesem Kanal hier machen. Ich habe mich dagegen entschieden, dann den zweiten Kanal zu nehmen, weil es macht keinen Sinn. Ich habe nicht die Zeit, zwei Kanäle durchgängig zu füttern. Wenn ihr gar keinen Bock auf Tarkov habt, ist das in Ordnung. Ich kann euch nicht zwingen, alle Videos zu gucken. Ich würde mich trotzdem über Support freuen, weil ich mache ja auch zwischendurch andere Sachen als Call of Duty und nicht nur Tarkov. Aber es wird dazukommen, wenn es euch gefällt. Richtig geil, haut in die Kommentare, wenn ihr Hilfe braucht. Wir haben auf dem Discord bei uns extra Tarkov-Channel. Wir haben täglich Leute, mit denen ihr zocken könnt. Ihr könnt Sherpa-Hilfe bei uns bekommen. Ihr könnt alles mögliche fragen. Wir haben ein Tarkov-Abteil, wir haben ein Call of Duty-Abteil, ein Diskussionsabteil. Ihr könnt mit mir auf dem Discord diskutieren. Wenn ihr Bock habt, kommt da rein, Regeln bestätigen auf so einem Daumen und dann seht ihr alles. Jetzt aber zum richtigen Themas-Videos. Wann ist Vibe? Der Vibe jetzt geht schon sieben Monate. Der letzte begann im Dezember 23. Und ihr seht es, ich bin ein bisschen nass geschwitzt von draußen. Ich komme von der Arbeit. Es ist 30 Grad, es ist also kein Dezember mehr. Und wir haben ein Update-Roadmap bekommen von Nikita, der die letzten Wochen eigentlich gute Arbeit geleistet hat. Für die, die es nicht wissen, Nikita ist der CEO von Battlestead Games, der Publisher von Tarkov. Und meinte, wir kriegen jetzt Content. Und ich zeige euch, welchen Content wir eigentlich bekommen sollten. Das ist das, was wir bei seinem letzten Podcast bekommen haben. Und zu dem, was hier steht, hat er in seinem Podcast gesagt, There will be Vibe early August and there will be two events. You will get a secret PMC Karma. Also er wollte ja PMC Karma für uns reinbringen, wo wir noch nicht genau wissen, wie es funktioniert. Mit einem neuen Boss, einem Bounty-Boss. Und Spieler, die sich schlecht verhalten, unter anderem im Büschen sitzen und campen, sollten von dem gejagt werden. Das sollte kommen vor dem Vibe. Wir sehen das hier, so weit sind wir. Das ist das Letzte, was wir bekommen haben. Und hier, wo der Content-EFT-Patch ist, sollte eigentlich vorher das Event mit dem Boss kommen. Ein Mortar-Strike-Event, also auf verschiedenen Karten, dass Mortar-Strikes, also Grenadierschüsse oder Mörserschüsse einschlagen, in Form eines Events, was man aktivieren kann. Fehlanzeige, keine Kommunikation, kein gar nichts aktuell. Neuer Content, unter anderem neue Scopes, die ich euch tatsächlich zeigen kann. Das sind die neuen Scopes, die wir im neuen Vibe bekommen, die ihr noch nicht sehen und kaufen könnt. Dadurch, dass ich mit den Jungs bei einem Turnier angemeldet war, oder die Jungs, die ich da vorgeschickt habe, weil ich nicht wollte, haben auf den Accounts, die wir von Battlestate Games bekommen haben, die neuen Scopes auch schon in den Accounts gehabt. Das heißt, der Content für den Vibe ist offensichtlich bereits da. Dazu ganz viele Quality of Life Improvements. Angeblich, das hat er ja gesagt, ist das Unity-Update, damit das Ganze auf einen besseren Anti-Cheat läuft, mit besserer FPS-Optimation, ja von Unity 23 auf 22 vorgezogen, weil er sagt, damit wären die fertig, sollte auch vor den Vibe kommen. Ist auch nichts da. Und dann sollten wir ursprünglich zu dem Motor-Strike-Event auch noch ein Taxi-Event bekommen. Ein Event, bei dem man gegen Bezahlung von einer Karte mit dem Taxi im Raid in eine andere Karte fahren kann. Also, ihr killt Caban, holt drei Quest-Items raus aus Lexos, geht ins Taxi, was irgendwo auf Streetstand spawnt, und fahrt mit dem Taxi von Streets in ein Raid auf Woods und macht da weiter. Dazu sollen wir ja Prapor und Mechanic mindestens als Live-Händler in den Raids bekommen. Was dann zum Beispiel, wenn ihr Shoreline reingeht, über den East Wing, jeder, der Tarkov kennt, weiß, was ich meine, und jeder, der es nicht kennt, sollte den Discord abchecken und Tarkov lernen. Wenn ihr in den East Wing ins Resort auf Shoreline geht, ist vorne ja so eine kleine Werkstatt, da sollte ja Mechanic eigentlich sitzen. All diese Sachen fehlen einfach noch. Und wir sind jetzt eben aktuell an dem Punkt, wo wir uns fragen, wenn das alles kommen soll, und diese drei, vier Events vorher, und der große Arena-Patch. Wo? Das ist für mich nicht so uninteressant, weil Sheppi hat ab übermorgen Urlaub und hat natürlich gedacht, geil, so Urlaubspläne sind gemacht, aber so ein schöner Vibe im Urlaub kann man geil mitnehmen. Es ist aber seit drei Wochen bei diesem Publisher und Entwickler Battlestead Games und die Kita absolute Funkstille wieder. Wir hatten ein kurzes Event am Wochenende jetzt, mit Labs, seitdem kann man, wenn man PMCs und Raiders gekillt hat, alles Mögliche an Thermalvisieren kaufen. Das ist vorbei, es gab auch kein Achievement dafür. Und das war's. Also ich habe erst noch gedacht, das wäre so Pre-Wipe, aber für Pre-Wipe Events fehlt einfach noch super viel. Und jetzt sitzen wir alle da und denken so, okay, also so die eher größte Anzahl spielt PVE-Modus, also für alle, die sagen, PVP und Action und auch Cheater, ist mir alles nicht so. PVE ist für euch wahrscheinlich perfekt. Ihr spielt offline gegen Bots, habt trotzdem die Tarkov-Mechaniken. Es ist wie online, nur ohne Cheater in der Regel und ihr könnt alleine oder mit Kumpel spielen. Das heißt, für alle, die das Tarkov-Feeling wollen, aber in Light ist es halt perfekt und es kostet, wenn ihr eine Standardversion Tarkov habt, neu, ich glaube, 25 Euro aktuell, also halt fairer Preis. Dadurch spielen aber kaum noch Leute richtig PVP-Tarkov und die Rates sind leer. Also es wird eigentlich Zeit, dass ein neuer Vibe kommt mit neuem Content und neuem Boss, damit die Spielerzahl wieder hoch geht und damit wir in der Vorbereitung sind, denn der nächste Vibe steht auch schon an und es wird der Weihnachts-Vibe wieder sein. Den werden sie nicht canceln. Und der Release von Tarkov 1.0, wir reden ja immer noch von der Beta, die wir spielen seit sechs Jahren mittlerweile, und der Release soll ja auch kommen, demnächst angeblich. Und ich habe das Gefühl, dass all die Arbeit, die sie in den letzten Wochen wieder gut gemacht haben, nach dem Skandal mit der Unheard Edition und dem, also Skandal sage ich, aber nach dem ganzen Geheul von allen und dem Geschrei und alles und das, was sie daraus so ein bisschen gelernt haben und dann die Competition über Arena Breakout, was demnächst auch released, es sah so aus, als wenn sie so ein bisschen die Lektion gelernt hätten, dass sie mit einer Community nicht tun können, was sie wollen. Und jetzt gehen wir aber gerade wieder hardcore in diesem Weg zurück, wo wir vorher schon waren. Es sind leere Versprechen, wir warten jahrelang auf Unity-Updates, die wir dringend brauchen, auf Audio-Updates, die in der Roadmap mit drin sind, aber es geschieht nichts und keiner weiß, was los ist. Und ich verstehe auch nicht, warum diese Kommunikation immer so einseitig abbricht. Das ist aber ein Problem, was super viele Publisher und Entwickler mittlerweile haben, ob das Battlestate Games ist oder Activision oder sonst was. Die Einzigen, bei denen ich das Gefühl habe, dass die, was Kommunikation angeht, mit der Community sehr nah sind, wo ich mich auskenne, ist Epic Games. Da habt ihr Infos über Events, da habt ihr relativ schnelle Bugfixes. Wenn da nach einem Update ein Bug mit einer Waffe erscheint, verschwindet die Waffe aus dem Update für einen halben Tag, bis es funktioniert. Und bei uns in Call of Duty und in Tarkov ist es so, Bugs sind Monate, Jahre da, dann macht irgendein bekannter Streamer wie Pastille ein Interview, plötzlich werden Sachen behoben, es wird besser und dann geht es wieder bergab. Und das nervt einfach, weil ich persönlich bin ein sehr passionierter Tarkov-Spieler mittlerweile. Ich liebe dieses Game, das Feeling, die Competition, die Herausforderungen, das sehr immersive Gefühl. Aber es sackt halt hart, wenn du Stunde für Stunde da reingrindest und du kriegst gefühlt, von denen, die dafür verantwortlich sind, einfach nichts wieder. Und deswegen, ich glaube, dass wir tatsächlich nicht, obwohl er es gesagt hat, Early Wipe haben, sondern Early September Wipe. Ich glaube, dass wir erst in drei, vier Wochen wipen werden. Was übel ist, weil gerade viele Leute, die dann so ein bisschen später dazukommen, wollen so Mitte des Wipes nicht nochmal rein starten, obwohl man es immer kann. Hat ja auch Vorteile. Und die Spieler fehlen einfach. Die Raids sind tot, egal ob EU-Server oder sonst was. Es sind keine Turniere mehr. Das letzte Lab-Turnier haben unsere Boys, Justin und Jan, ist auf Platz zwei abgeschlossen. Also, ich hoffe, dass ich mich irre, dass wir Mitte August ein Wipe haben, aber dann müssten jetzt noch Updates kommen und Pre-Wipe-Events und alles. Und das sehe ich aktuell nicht. Was glaubt ihr, Leute? Wann ist Tarkov-Wipe? Lasst ein Like da. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und würde mich über Support auf Tarkov-Videos freuen. Ich sage es euch, wie es ist. Selbst wenn die den Algorithmus dieses Kanals komplett zerstören, will ich sie trotzdem machen, weil ich da ebenso viel Spaß habe wie in anderem Content. Haut rein! Und dann? Also,